Herzlich Willkommen zum Prospekte Angebote de Kanal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. Dallmayr Prodomo 4,24 Euro. Lind Goldhase im Korb 4,44 Euro. Kerrygold Butter oder Extra 1,49 Euro. 500 Gramm Spargel Weiß 3,33 Euro. 500 Gramm Mini Pflaumentomaten 1,49 Euro. 300 Gramm Champignons 1,99 Euro. 1 Kilogramm Speisezwiebeln 1,49 Euro. 500 Gramm Zucchini 1,49 Euro. Edeka Salat Mix 1,79 Euro. 500 Gramm Erdbeeren 1,99 Euro. 300 Gramm Kulturheidelbeeren 2,99 Euro. 1 Kilogramm Tafeltrauben 3,33 Euro. 1 Kilogramm Bananen 99 Cent. 500 Gramm Zitronen 99 Cent. 100 Gramm Heidefrühstück 1,49 Euro. 100 Gramm Roastbeef 4,49 Euro. 100 Gramm Domschinken 2,49 Euro. 100 Gramm Rindersalami 2,29 Euro. 100 Gramm Salami 2,49 Euro. 1 Kilogramm Schweineschnitzel 6,66 Euro. 100 Gramm Rinderrouladen 1,49 Euro. 1 Kilogramm Schweinefilet lang 8,99 Euro. 100 Gramm Hähnchenbrustfilet 1,59 Euro. 1 Kilogramm Putenrollbraten 8,99 Euro. Costa Prons 6,99 Euro. Edeka Bio Gemüse 1,49 Euro. 1 Kilogramm Wichmanns Junge Ente 4,99 Euro. Iglo Schlemmerfilet filigro 2,77 Euro. Edeka Butter Croissants 2,99 Euro. 100 Gramm Rotbarschfilet 2,22 Euro. 100 Gramm Le Gruyère 1,99 Euro. 100 Gramm Kaiser Zanderfilet 3,99 Euro. 100 Gramm St. André 1,99 Euro. 100 Gramm Lachsstremel 3,99 Euro. Valencia Eierstich 1,79 Euro. Rapsgold Bio Rapsöl 3,99 Euro. 150 Gramm Gmürek Zwiebelmettwurst 1,99 Euro. Kopenrath Hausgebäck 1,11 Euro. Dr. Oetker Kuchenbackmischungen 2,22 Euro. Wenn Sie keine aktuellen Kataloge verpassen möchten, können Sie gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie es mit einem Daumen nach oben markieren und es mit Ihren Freunden teilen. Auf diese Weise können wir mehr Menschen erreichen und unsere Gemeinschaft vergrößern. Wir schätzen auch Ihre Kommentare und Ihr Feedback sehr. Teilen Sie uns gerne mit, was Ihnen gefällt und ob wir etwas verbessern können. Herzlichen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.